Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist die Sendestelle Berlin auf Welle 400 Metern mit allen deutschen Sendern. Ich darf Sie herzlich an Ihren Rundfunkempfängern zum heutigen Unterhaltungsprogramm begrüßen. Das Kulturministerium Berlin sendet für Sie am heutigen Tage eine musikalisch außergewöhnliche Darbietung. Ich freue mich außerordentlich Ihnen, Ardor de Vil, vorstellen zu dürfen. Und ein Genießer aus Posen, er schickt ihr täglich nen Strauß roter Rosen, denn er hat wilde Gefühle und er flüstert heiß, wenn sie lacht. Oh Donnerklan, ich hab dich tanzen gesehen und deine Schönheit hat mich toll gemacht. Ich hab im Traum dich dann im Ganzen gesehen, das hat das Maß der Liebe voll gemacht. Bei jedem Schritt und Tritt biegt sich dein Körper genau in der Mitte und herrlich gefährlich sind deine Füße, du Süße, zu sehen. Oh Donnerklan, ich hab dich tanzen gesehen und deine Schönheit hat mich toll gemacht. Durch der Genießer aus Posen ist ins Heimatland bald entflohen, denn viel zu viel kosten Rosen schenkt man täglich sie ohne Lohn. Doch in der Trautenfamilie, nach ganz Braten mit viel Petersilie, füllt ihm das Herz in die Hose, denn auf einmal singt's Grammophon. Oh Donnerklan, ich hab dich tanzen gesehen und deine Schönheit hat mich toll gemacht. Ich hab im Traum dich dann im Ganzen gesehen, das hat das Maß der Liebe voll gemacht. Bei jedem Schritt und Tritt biegt sich dein Körper genau in der Mitte und herrlich gefährlich sind deine Füße, du Süße, zu sehen. Oh Donnerklan, ich hab dich tanzen gesehen und deine Klarer, du bist wunderschön.